Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Blazik, eine Fade Paradox, mit mir eure Master auf und ich muss kurz mal den Kopf heraussetzen, tut mir leid. So, also, äh, letzte Folge sind wir ja dem schwarzen Nebel bisher entflohen oder geflohen und nun, naja, wollen wir, wow, so viele Gegner sind da noch, aber ich kann sie nicht alle erreichen, weil der schwarze Nebel dort ist und ich weiß nicht, was er mit mir macht, also gehen wir lieber hier. Weiter, oder? Ja, los, lasst uns Minamus Schicksal weiterverfolgen. Cool, was macht sie dann? Was? Sie kann Dämona berufen? Es hat keinen Sinn. Ein Schwächling wie ich kann nicht möglicherweise eine Chance gegen diesen Dämonen. Meine Zauber haben sich nicht verbessert für eine lange Zeit. Vielleicht ist dies die Grenze meines Talents? Es ist total eines dieser es-kann-nicht-helfen-Momente, hä? Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit. Minamu! Minamu! Oh. Niemals, Renja? Awesome. Du bist immer noch all right. Hör, hör, nicht mit dieser Frau. Sie ist Teil dieser Gruppe von verrückter Teufeln. Wer zur Hölle bist du? Warte, aber du hast mich gerade bei meinem Namen genannt. Mein Bruder starb vor einem Jahr. Mein Bruder starb vor einem Jahr. Du kannst nicht Renja sein. Hold on. Ich starb? Ein Jahr ago? Niemals. Ich meine, ich bin gerade hier. Niemals. Ich meine, ich bin genau hier. Ich bin gerade hier. Ich kann es dir sagen. Du bist nicht mensch. Du siehst wie mein Bruder, aber du riechst wie diese Teufelsfrau. Du bist anders. Hallo, Miss Minamu. Mein Name ist Lilia Saotome. Ich bin dein Bruder's persönliche Angel. Hallo, Miss Minamu. Mein Name ist Lilia Saotome. Ich bin euer Bruder. Ich bin der persönliche Engel eures Bruders. Euer Bruder wurde ausgewählt, Gott zu werden. Derjenige, der hier vor euch steht, ist wirklich euer Bruder. Mein Bruder ist Gott? Nicht, um nichts zu beurteilen, aber mein Bruder ist der unglückloseste Typ in der ganzen Welt. So, egal was du sagst, es ist unmöglich, dass er ausgewählt wird für sowas. Und Engel hat, die angezogen sind wie Mites, um ihm zu dienen. Und du sagst, du bist ein Engel. Aber nur wie dieser falsche Bruder, riechst du wie ein Teufel. Ich kann nicht glauben, was du sagst. Minamu, bitte glaub mir, ich bin wirklich dein Bruder. Sehr ruhig. Geh mal zurück zu Akihabara. Minamu, ich möchte dir das erklären, aber du musst zuhören. Sag dir, sei ruhig. Diese Stimme. Wage nicht, meinen Namen zu sagen, während du die Stimme meines Bruders benutzt. Lass mich nicht nochmal sagen. Renia starb. Er wurde zu der anderen Seite auf der Straße geschmissen wie ein Müllsack. Ich, ich war, ich war dort, als er starb. Er macht mich so riesige Dinge erinnern, dass ich dir niemals vergeben werde. Lilliel, bist du in Ordnung? Ja, irgendwie. Warum hat Minamu Kräfte wie diese? Ich fühle mich nauseous. Ich könnte puken. Mann, ich fühle mich so weirr. Ich fühle mich gerade so weirr. Herr! Ich bin auch über Minamu Kräfte, Ich bin auch besorgt über Miss Minamu Kräfte, aber vor dem, was mich mehr besorgt, ist, dass ich ein Jahr zuvor starb. Ja. Es scheint, dass Nelliel wirklich einen schockierenden Wunsch gewählt hat. Naja. Und was für einen schockierenden? Rhenia stirbt. Also Gott, ist gestorben? WTF? Ja, töte diese Paralyse-Mistinger. Okay, wir müssen zurück wegen dem Gold. Aha, wir haben was gebürstet. Das ist sehr schön. Aber hmmm. Schauen wir mal. Das ist bei 120. Wir haben noch eine Fireband. Bei 140. Na gut. So, dann wollen wir mal... Genau. Sie einfach mal vom Nebel erwischen lassen. Oder zumindest... Oder auch nicht. Nein. Wow, was war dieser schwarze Nebel? Ich bin kein Mathematiker, aber wenn es zu berühren reduziert, meine HP bei Wapping 5%. Es kommt langsam näher zu mir. Ich muss campen und dem ausweichen zur selben Zeit. Typ, das ist so billig. Äh, ja, wir nehmen das auf. Und essen dabei so ein Äpfel-Apfelkor. Hey, essen wollte ich. Ja, wir töten dich. Miss Kel. Ja, das essen wir auch. Und dann essen wir noch so ein Apfel-Ding. Hatte ich doch noch hier. Genau. Oh, 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 oh. Das will ich auch aufpicken. Und was ist das? Ach ja. Wir tun das mal... Was essen wir? Äh, passt lieber auf, Liliel. Ja. Was passiert das irgendwie mit dir? Na, den kriege ich nicht mehr. Naja. Dafür haben wir hier ein bisschen Geld. Oh, Liliel, nicht ihn töten, wenn ich da bin. Nein. Toll, jetzt bin ich... Paralysiert. Haha, haha. Haben wir nicht irgendwas dagegen? Nein, na, toll. Ja. Okay, wir haben es noch geschafft irgendwie. Habe ich noch eigenes Item, was ich nicht brauche. Ja, wir essen den auch mal. Ja, wir essen den auch mal. So, was haben wir bekommen? Pillen waren das. Sehr schön. Hey. Okay, wir haben noch was hier. Dann können wir jetzt... Ähm... Was nehmen wir denn jetzt? Stretchy Arm einfach? Der hat 120, oder? Äh, ja. Spike Knuckles war nur bei 100. Machen wir den. Haha, das hast du ja toll gemacht. Ja. Äh. Ja, du schaffst das ein bisschen ideal und ich tüttel währenddessen diese Schwächlinge da. Und musst, wie es aussieht, mich, äh, naja, paralysieren lassen. Aber hier gibt es voll viel Geld, habe ich das Gefühl. Noch ein Glas gebürstet, mein Mushroom Head. Wir haben noch den Gunner Helm. Wow, der ist... In seinen Werten auch nicht schlecht. Aber... Wieso ist der so gut? Der hat Rank 2. Wow. Okay, das wusste ich nicht, dass wir auch noch sowas haben. Aber okay, wir haben Rank... Ja... Wow. Essen. Tüten. Und bürsten wieder. Leckmissile... Nee. Flowing Cape. Wow, wir haben ziemlich viel Zeugs jetzt. Alles Rank 2. Okay. Dann nehme ich, denke ich mal wieder die hier, oder? Die hier hatten das Beste für mich. Ja, dritte. Le... Yeah. Verhofft mich zu... Mama, Mama, Mama. Ich habe gerade Minamo. Egal, ich verstehe gerade die ganze Zeit Minamo von diesen Dingern da. Minamo, Minamo. Haha, genau. So. Wir sind dann wieder zur nächsten Ebene angekommen. Muss mal kurz drauf schauen. Wir können die noch machen. Toll, das hast du gut gemacht. Lidia. Egal. Lass uns weitergehen. Oh, was wird jetzt noch passieren? Die originale Welt wieder. Oh. Das ist, wo ich Grimwalds Recalling Dead Souls-Buch aufgesammelt habe. Genau. Das ist, wo das alles begann. Ah, das ist, wo ich Grimwalds Recalling Dead Souls-Buch aufgesammelt habe. Also, das Buch von Grimwalds Recalling Dead Souls-Buch aufgesammelt habe. Richtig. Das ist, wo alles begann. Es ist ein ganzes Jahr seitdem. Ich habe es irgendwie zu machen. Ich war auch von der Bücherei erwähnt, die wir in dem vorigen Kapitel waren. Also, ob das irgendwie damit zusammenhängt, frage ich mich gerade. Ich war auch von der Hochschule-Büldung zum nächsten Jahr. Mann, ich wollte wirklich Dinge tun, die normale Hochschule-Gerchen tun. Ach, wenn ich sterbe, werde ich Serenia wiedersehen. Ach, wenn ich sterbe, werde ich Serenia wiedersehen. Ja, das ist es. Hey, ich habe herausgefunden, warum ich mich so seltsam darüber fühle. Ja, Herr? Die Minamu, die ich kenne, ist in ihrer zweiten Jahr der Hochschule. Aber sie hat gerade gesagt, dass sie nächste Jahr zum nächsten Jahr zur Hochschule gehen. Und sie sagt gerade, dass sie dabei war, oder dabei ist, zum Hochschüler, zur Hochschülerin nächstes Jahr zu werden. Also, sie ist in ihrem letzten Jahr der Hochschule. Das macht diese Welt ein Jahr vor dem Welt, den ich kenne. So, sie ist in ihrem letzten Jahr der Mittelschule. Welche, was diese Welt ein Jahr voraus macht, zu der Welt, die ich kenne. Oder der ein Welt voraus ist. Der Schicksalsrevolutionskreis kann Dimensionen durchqueren oder überkreuzen und intervenieren in parallelen Welten. Aber um uns durch die Zeit selbst? Der Schicksalsrevolutionskreis kann Dimensionen durchqueren oder überkreuzen und intervenieren in Parallelwelten. Aber zu bewegen durch Zeit selbst, also durch Zeit selbst. Es gibt nichts über solche Situation in meinem Engel-Führungsbuch. Wenn sie sagt, ich sterbe in dieser Welt ein Jahr zuvor, bedeutet das, ich werde bald sterben? Aber es ist unmöglich für euch, wegzutreten, Herr. Wirklich? Du hast niemals gedacht, dieses gesamte Ding ist irgendwie mysteriös? Wie, bevor ich die Lotterie gewonnen habe, wer war Gott dann? Und warum ist dieser Gott jetzt nicht mehr? Also nicht jetzt. W-well... Äh, nun... Ich dachte darüber nach, sobald ich, äh, aus der Welt wurde. Es ist cool, wenn der vorige Gott einfach starb wegen altem Alter. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Ich war so erschreckt, oder so, ich war so in Furcht, selbst zu fragen. Hatte ein schlechtes Gefühl deswegen. So, ich habe nichts gesagt bis jetzt. Meine Senioren haben mir nur erzählt, dass Gott abwesend war für eine lange Zeit. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht in der Vergangenheit, viele Götter wie ich haben gewonnen. Und sie haben alle sterben. Vielleicht, vielleicht in der Vergangenheit, viele Götter wie ich wurden auserwählt. Und sie alle starben. Wenn das der Fall ist, diese Engel sind nur Lügner und Manipulatoren. Du kannst sie nicht mal nennen. Äh, wenn das der Fall ist, diese Engel sind nur Lügner und Manipulatoren. Ihr könnt euch nicht mal Engel nennen. Äh, du kannst sie nicht mal Engel nennen. Ja, wäre ja nicht legal. Äh, naja. Ihr wisst schon. Hm, was ist das? Ach, das hier war das. Und genau da ist er wiegt. Wow. Da habe ich mal Glück gehabt, oder? Egal, was er sagt. Ich will das gar nicht hören. Hm. Ja, aber das war vielleicht nicht so gut hier. Naja. Wir essen das. Wir essen auch das. Wir töten dich. Und wir schreiten voran. Wir töten diese Gegner hier alle. Ja. Äh, ja. Was können wir denn noch? Haben wir noch irgendwas hier übrig? Nichts? Ja. Ne Pille könnte ich nehmen. Naja. Okay. Das essen wir auch. Gut so, Liliel. Die Gegner sind wirklich schwach. Können wir die auch damit töten? Mit diesem stretchy Arm? Ja. Und ich bestimmt auch. Egal, was das alles ist. Lassen wir das. Ich habe keine Zeit, alles aufzusammeln. Und ich bin sowieso viel zu voll. Also lassen wir den einen Gegner auch in Ruhe. Oh, wow. Papien mit. Oh, Rank 2. Ach, verdammt. Spike Knuckles. Alles Rank 2 hier, oder was? Äh, ja. Dann würde ich mal sagen, wir tauschen doch. Ja. Aua. Hey. Wisschen. Ah, ja. Das ist ja ärgerlich. Aber jetzt habe ich die Rank 2 Knuckles. Okay. Ja, los, Liliel. Do your thing. Und helf uns. Ja, aber... Naja. Hahaha. What the fuck? Naja, egal. Nimm das. Okay. Ja. Das wird nicht so gut. Mist. Ja. Ich werde umzingeln. Hilft mir jemand. Oh, ich brauche keine Hilfe. Okay, ich bin ja Gott. Und einem allmeitlichen Storn. Liliel. Oh. Ich wollte dir eigentlich helfen, aber... Ich bin immer noch hier... Paralysiert. Aber ihr gegnt auch. Ja. Okay, wir können weitergehen. Das ist ja schön. Aber ich würde sagen, erst nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß in dieser Folge. Und... Ihr seid... Mindestens genauso gespannt wie ich. Oh. Wir bürsten mal kurz noch... Was nehmen wir denn den hier? Der ist auch voll geil. Der ist eher was für Liliel. Nehmen wir den dafür. Und... Ich hoffe immer noch, dass ihr genauso viel Spaß hattet. Und gespannt seid auf die nächste Folge. Wenn wir Minamo in der Kopjettenwelt diesmal sehen. Und wie sie diesmal reagieren wird. Bis dann natürlich alles Gute. Viel Spaß. Und ciao.